Amal, sagt allmesser Meindlach! Wir werden an uns ticken in die Mitte. Amal, an der Bayern sind ein Rivalid. An hier die Lichte, hier die Welt, als uns Frauen sind. Und unsere Krachten kann hier aufraten. Und unsere Krachten kann hier aufraten, soll nicht aufraten. Und das ist präzise, was kann gebeuren. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Png. BR 2018 Png. BR 2018 Zischen Png. BR 2019 Png. BR 2018 Png. BR 2018 Png. BR 2018 Aber morgen, wenn es nicht mehr produktiv ist, dann muss es ein paar Vatten und Wir haben vorhin eine Nachtsvigelung und die Städte von uns als die Plasmense. Die Untertitelung der Organisation wird gesagt, dass wir uns auf die Seite hören können. Wir sind ein Mann! 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 Wir haben nur ein Mann! Wir sind 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 ein Mann! Wir haben alle vier Jahre auf die Flüchtlinge von unseren党 und die Flüchtlinge Wir sahen das in die Flüchtlinge Wir sahen die Gingläuter der Landwirtschaft, die Führungsektor, wir sahen grossen Jobloss aus den Färben und wir sahen massive Evictions von die Flüchtlinge und Gewicht aus dem Färmen Mein Mann ist aufgetrieben. Ich bin 12 Jahre alt. Ich habe zwei Versicherungen. Ich habe nicht aufgetrieben, aber auch die Versicherungen. Ich habe das Gefühl, ich kann nicht mehr arbeiten. Die Doktor war mir absichtlich. Ich kann nicht mehr arbeiten. Ich habe nicht aufgetrieben. Ich habe nichts. Das macht mich so sicher. Die ersten 10 Jahre unserer Demokratie hat 1 Million Menschen geteilt von Farms geteilt. 7% von ihnen geteilt waren Frauen und Kinder. 1% waren legale geteilt. Es gab keine Prosecutionen als diese geteilt wurden. In der meisten Fallen gab es nicht woanders, also gab es keine Alternative für die Regierung oder die Farmer. Mein Name ist Wendy Pakkeer und ich bin Generalsekretär für Sekulason. 1. 2. 3. 4.